Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Das Drehbuch des letzten Top-Spiels der zweiten Bundesliga konnte ja für den Schalke eigentlich nicht besser geschrieben worden sein. Natürlich lagen wir 0-2 zurück, aber ich denke mal, desto mehr war auch die Freude nochmal größer, als sie das Spiel mit 3-2 gewinnen konnten. Aber vor allem die HSL hat sicherlich bei vielen von uns auch durchaus Sorgen bereitet, weil an sich waren wir ja gut im Spiel, hatten auch mehrere richtig gute Chancen, aber lagen halt 0-2 zurück. Und Mike Büskenz hat gestern nach dem Spiel im Sky-Team nochmal verraten, wie er es geschafft hat, die Mannschaft nochmal zu triggern und zu powern, dass eben diese Leistung in der zweiten Hälfte abgeliefert werden konnte. In der Pause habe ich den Jungs gesagt, wir haben so viele noch prozentige liegen lassen, wir müssen nur eine machen, dann kippt die Scheiße, wir müssen kämpfen für unsere Träume, Träume bekommst du nicht geschenkt. Zudem macht er auch deutlich, dass er auch wirklich gesagt hat, die Jungs eher zu unterstützen, statt irgendwie drauf zu hauen. Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, das war die beste erste Halbzeit, die wir gespielt haben. Und ich denke mal, vom rein spielerischen hat Bujo da vollkommen recht mit, denn wir waren ja auch mehr als überlegen, haben einfach die Tore nicht gemacht und der Trainer blickt nochmal ganz kurz zurück auf die vergangenen Monate. Wir hatten monatelang nicht gewonnen, sind sang- und klanglos abgestiegen und dann bekommen wir solch eine Mannschaft für den Wiederaufstieg zusammen. Wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich ihn vor dieser Mannschaft ziehen. Und ich denke mal, all das, was Büskens in der Pause zur Mannschaft sagte und nach dem Spiel resumierte, sagt einfach alles aus über diese Truppe, über Schalke, über den Erfolg in der aktuellen Zweitligasaison. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Anale Schalker.